D.W. Deutsch lernen – Deutsch-Trainer Kann ich deinen Rechner benutzen? Ich habe ein Tablet. Die Tastatur. Die Maus. Der Monitor. Ich mache den Rechner an. Ich fahre den Rechner runter. Ich speichere die Datei. Ich lösche die Datei. Ich erstelle einen Ordner. Ich habe die Datei auf einem Stick. Die Festplatte. Der Drucker. Können Sie das für mich ausdrucken? D.W. Deutsch lernen – Deutsch-Trainer Mehr auf dw.com slash Deutsch-Trainer Mann. Untertitelung des ZDF, 2020